Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide World of Warcraft. Heute geht es um das Haustier wütende Putrit und wie man hier bereits in der Beschreibung lesen kann, bekommt man das ja per Haustierkampf und zwar im Gebiet Seraph Mortis. Das Spezielle an diesem Pad ist aber, dass es sozusagen nicht in dieser Art einfach so herumläuft. Wir müssen zuerst andere Putrite finden, die dann Wüten machen und dann können wir diese bekämpfen und natürlich auch fangen. Jetzt ist es so, diese Putrite sind diese aufgebrachten Putrite, also hier, diese müssen wir halt eben Wüten machen und die befinden sich hier hauptsächlich im Norden von der Zuflucht. Also hier oben habe ich einige gefunden, hier unten, also ein wenig westlich von der Mitte sozusagen und hier unten bei den Katalysatorgärten habe ich eben fast so zwei, drei gefunden. Also eben muss halt immer ein wenig herumlaufen und am besten macht man da sich ein Makro, natürlich hier mit Target aufgebrachte Putrite, dann findet man da relativ schnell. Es sind trotzdem sehr selten, also man findet da jetzt nicht Dinge, die 10 oder 15, meistens pro Runde vielleicht 1, 2, aber eben nur so als kleiner Hinweis, ja, dass ihr da nicht Dinge, die stundenlang da herum sucht. Und eben, wenn man die dann gefunden hat, können wir die ansprechen sozusagen mit Slash-Huhn oder Chicken, dann können wir diese halt eben so sozusagen Wüten machen und dann verwandeln sich nach einer Weile hier zu diesen Wüten Putrite. Die bleiben etwa so 10 Minuten, 15 Minuten und dann verwandeln sich wieder zurück, teilweise auch die spannen sie, aber das Problem hierbei, andere Spieler können sie sozusagen auch ankämpfen, also bleibt gleich in der Nähe, damit da nicht irgendwie euer Pad geklaut wird. Eben, dann können wir das einfach so, ja, ansprechen, ganz normal per Kampf und eben, ja, runterhauen, dann normal fangen und dann hat man das bereits in der Sammlung drin. Eben, ich werde jetzt halt hier das nicht mehr machen, weil ich bereits eines in der Sammlung habe und will jetzt nicht irgendwie den Spawn sozusagen einem anderen klauen. Aber eben, das war's eigentlich für diesen Guide, ich hoffe, ich konnte euch darüber helfen, dieses Pad ebenfalls zu fangen, ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spass, bis bald!